Auf schönes Wetter kann man sich nicht immer verlassen. Auf solide Immobilien hingegen schon. Seine Wohnung ist nicht nur einfach schön, sie ist auch eine Investition in die Zukunft, in die Altersvorsorge. Egal, ob man jetzt selbst darin wohnt oder sie vermietet. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man jemanden hat, der ein waches Auge darauf wirft. Vertrauen Sie Ihre Immobilie einem unserer 1700 Mitgliedsunternehmen an. Und täglich werden es mehr. Die Mitglieder in unseren Landesverbänden verwalten Immobilien im Wert von 220 Milliarden Euro. Wenn es mal irgendwo klemmt, braucht man jemanden, der schnell hilft. Und zwar rund um die Uhr. So ein bisschen was wie ein Schutzengel, der einem alles abnimmt. Vom Bürokram bis zur Fensterscheibe. Bei uns und unseren Verwaltern stehen Sie im Mittelpunkt. Und das 24 Stunden am Tag. Und sieben Tage in der Woche. Unsere Mitglieder sind kompetent und qualifiziert. Sie kennen sich aus bei kaufmännischen, juristischen und bautechnischen Themen. Sie managen ihr Eigentum, ihre Altersvorsorge. Eine der ganz großen Aufgaben der nächsten Jahre. Wer kümmert sich um die energetische Sanierung? Wer sorgt für den altersgerechten Umbau? Bei einem Großteil aller Wohnungseigentümergemeinschaften muss in den nächsten Jahren energetisch und altersgerecht saniert werden. Wer kümmert sich darum? Wir. Herzlich Willkommen beim DDIV und seinen rund 1700 professionellen Mitgliedsunternehmen.